Das ist ja ein Holzblasinstrument, muss ich kurz erklären, weil hier unten ein Holzblättchen ist, nicht etwa ein Blechblasinstrument, weil das Sachsenhausblech ist, das ist ja ein Holzblasinstrument, denn dieses Blechchen muss gut angewischt sein, sonst klingt das Sachsefon nicht. Wenn man also auf einem fremden, angewischtem Blatt spielt... Komm, jetzt zeig uns was, komm. Ich nehm mich jetzt auf, das schick ich dem Arno dann sogar. Komm, das sieht ganz Hollywood. Das sieht ganz Hollywood. Alle Arno, viel Glück. Ja. Komm, das ist Glück. Wir müssen ja erstmal einspielen, Moment. Ja, komm, mach, mach, mach. Das ist gar kein Sachsefon. Das kommt aber jetzt. Das ist gar kein Sachsefon. Voll. Das ist aber hier. Ja. Das ist auch der Gehirnversorgung von Pachtas. Was ist das denn? A. Zwei. Du. Das war's für heute. Du. Das war's für heute.